Das war Microsoft im März diesen Jahres im Tageschart. Die Aktie kam von einem Aufwärtstrend gegenüber in eine Korrektur und das ist schon mal das erste Aufmerlege an dieser Korrektur, ist das fehlende, das fallende Volumen in dieser Korrektur und dann sehen wir auch noch einen schönen Doppelboden, der exakt angetestet wurde hier bei der letzten grünen Tageskerze rechts und zurück zum Volumen. Hier fällt dann was auf, dass in dieser Seitwärtsphase akkumuliert wird, also gekauft, ganz klassisches, bullisches Chartbild. So verwundert es auch nicht, dass es in den nächsten Tagen steil nach oben ging. Wir sehen massiv ansteigendes Volumen weiterhin. Also Price Action war bullisch und Volumenbild war bullisch. Das war einfach. Hast du richtig getippt? Willst du mehr davon? Und dann lass mir ein Like da.